So meine Freunde, willkommen zu euch zu Let's Play, es wird mal ein RPG, Lächeln auf der selben Stars. Verzeihung. So, beim letzten Mal um zu viel Musik geflutet worden, mussten einen Wasserfall runter hochschwimmen, so in der Richtung, und jetzt sind wir auf einen lustigen Fass. Ja, und müssen uns um Münzen kümmern und so weiter und so weiter und so fort. So, und noch zwei Dinge im Vorwort. Erstens, ich habe ja gestern eine Menge hintereinander aufgenommen, dass ich in ganz meiner Schwimme einen kleinen wenig erwischt. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich mal ein wenig husten sollte. Und das andere ist, dass bei mir, weil wir einen Freund übernachten haben, und wir haben ziemlich lange gezockt, weil ich bitte die Nacht. Das heißt, das war ebenso ein bisschen frech, weshalb ich müde bin, aber das kümmert mich nicht, weil ich nicht was essen hoffe. Jee. Gut, lass uns weitermachen. Nein, nein, nein. Nein. Ähm, wow. Das ist irgendwie gerade voll ein bisschen läge, aber sehr. Ich denke, das ist schlecht, ey. Nein. Woah. Alter, was the fuck ist happening? Nein. Wann? Hier ist klar. Das sieht irgendwie voll läge aus, ey. Nein. Nein. Können wir wohl auch nochmal die Pelle zurückgeben? Egal. Oh, ich bin wirklich arg schlecht. Ich bin vielleicht denn... Boah, wer angeht das noch? Oh, Quatsch! Ich bin auf Fische konzentriert, als auf Münzen. Oh, nein, endlich. Wann, it's fun, you got 23 coins. Da fuck waren das jetzt. And the coins you got from me, as well, for four coins. It's first time only bonus. I will give you one four coin for 60 of your coins. We didn't know four coins are the green ones, and tadpole ponds got more info than three coins, but that's not enough to cash in, so I will hold them for you, okay? Come back and try again. Ah, he said when I picked up, you can keep it for good luck. This is the knock-knock shell. Okay. Ah! Ich kann also dieses Lassim-Forschmerz mitkommen. Um, waste baths. You can throw away unwanted items. Um. Wo ist denn das? Nicht, 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 nicht. Um, ich bin da in der Außenstunde. Prevents nude and sleep attacks. True form, but you won't be turned into marshmallows or scarecrowers. Not much shit. Kick to attack. Hmm. Okay. 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 Also nicht. So, ich bin ein bisschen verwirrt über diese lustigen Teile. I can tell you all the key to get on the trample, on the cross, drei Münzen, what? Äh, nein. Hmm. Interessant. Was soll ich jetzt mal ausgehend ein bisschen machen? Ich bin interessiert, was ich vor keinem machen. Safe. das ist aber cool okay Ok. Das tut mir in das Ohr weh. Ich muss mal zuhören. Melody Bay. Play notes by jumping on a TED-Port. Let's hear your melody. They won't play with strangers. So go and meet fuckfusis first. Also okay, warum der Typ ist. Ok, passt schon mal nichts. Da 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 da. Um, hi. I'm the composer. Todovski. I'm trying to create my next masterpiece but I've got composer's block. You want the music lesson from moi? Yes. Let's start by reading notes. See the first line. Between the second and the third line from the top lies two. Keep going up and the notes are do-remigodon and you will get do-ti-la-so-far. Do-ti-la-so-far? Ok. Do-ti-la-so-far. Ok. Okay. Do-ti-la-so-ar-dori-la-so-ar-so-far. Okay. Do-ti-la-so-ar-dori. You're on your way to composing. Ich bin verwirrt Wollte ich was tun? Die Musik ist auf weh Ich weiß nicht Auf wie gefällt es mir an Schönem Biet Jetzt wird aber langsam hier Ein Problem Aber Melodie Bay Ja da kann ich ja nicht ruf Mhh Mhh Tch 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 Hah Ich bin verwirrt Häh Was häh Muss ich schon machen? um wenn wir das in vom Moyen nein wird er be that way hey Leute ich bin verwirrt hä um ich bin verwirrt hä um ich bin verwirrt ich bin verwirrt ich bin verwirrt ich bin verwirrt strange ja ich hab keine Ahnung ah oh god hi i cannot help you malo it's you we've heard all about your adventures with super mario you guys beat up malo white you know about that see mario the waterways of the world bring news to us here that's why grandpa knows all the news that's fit to here are you really this super mario hey everybody you never guess who's here oh my god he's the real thing but he doesn't look anything like a photo world they do say he can jump better than a froggy everyone is only a rumor um well grasshopper that's new grandpa man has been helping me i know child that rainstorm he just had that was you wasn't it out watch it up here there you're supposed to make me look like i'm floating here okay um the fuck okay welcome so you are mario yes i am fuckfusions you have come to seek wisdom from me if not i can make it for you yes all wise people can often give good advice all wise people can often give good advice but how rude of me let's get more comforted come along we'll talk clear food be worse what that starts in town your mind what the fuck tadpoles don't just float there make yourselves useful from a virtual mario and okay that 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 okay let's welcome to my sanctuary and part take of my wisdom children let's see that my character that that moment moment wir da und ein kränke des wessens immer das heißt wenn ihr husten hört von weit weit weg dann ja dann tut mir leid aber ne was und es tut sehr leid also verzeiht what that that's my character that appeared at both keepers he is quite formidable yes and mario you wish to rescue the princess quickly do you not but oh if only you knew the flu that flu man Totsu is no longer there what patience young one let me explain here's what happened you were rescuing Totsu from Boza's keep after feeding him and just when you were about to free the princess you heard a loud trash and saw a huge sword split the sky um whoosh out of the blue that's what the kankishina tell you the sharks sent the three of you flying all the tools are still lost somewhere out there mir kommt erst grad zum gedanke aber ist es ja ampera und mario tares angelehnt hm no ampera und sehra angelehnt you're worried about the princess but first you need to take care of smike he's his underlings are wreaking wrecking havoc in our world what is the murder merck whom you defeated at mushroom kingdom was one of them more will be coming grandpa i almost forgot to tell us something we found a star and chaos at mushroom kingdom do you know why it was there a star eh most interesting this may sound illogical but i believe shooting stars can grant wishes i know more than ever i believe they will play a real role in the fight against mighty was that too much to absorb would you like a recap uh no it's quite a situation we have on our hands isn't it wow everything sounds so dire and serious i guess meg was only the first of many mario some of them will make bosa seem nice mel you speak as if these things do not concern you you will accompany mario on his adventure too grandpa grandpa what are you talking about i'm only a simple tadpole this adventure isn't for me mel my boy i kept this from you until now but you not a tadpole say what then i keep going ok i was sitting here one raining day enjoying a snack of crickets when i happened to see a bass floating down from the falls i peeked inside and saw a little baby staring right back at me the name metal was written on his belt i felt sorry for the little bundle poof and took him into a race as my own grandchild he had poof magic and he knew he was more than a piece of fluff i thought surely his child must be from some far off land grandpa you mean i'm not a tadpole boom mel no it's not the time to cry to give mario on his adventure and find your real family your real mother and father are out there somewhere over the rainbow it's mario the boy's man is sure to come and handle you on your adventure you take him along yes grandpa i won't cry anymore i will go on this adventure from mario and find my real family then it is sad you must embark on your adventure immediately first go to rose town where they need your help rick alles klar alles klar der arme Mello aber er ist übrigens nicht langenommen von da und er sei ein schöner eine glückliche Kindheit mit dir mit einem paar Schatten lieber zu sein aber lassen wir auf die Zeit gucken ich will sagen wie ich bin ich bin schon Aber das sollte erst mal als kleine Aufnahme reichen. Und da, meine Freunde, ein kurzer Schnitt nach dieser tragischen Geschichte. Ich bin gerührt. Nein, aber ist interessant diese Wendung, damit hätte ich nicht gerecht. Aber was würdest du noch erwarten? Und vor allem, wie komme ich hier weiter? Eventuell zu den Musikern im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.